Wie bringt man zehn Spaßgranaten zum Verzweifeln? Mit nur einer Regel. Lachen verboten. Das ist halt Folter. Oh, fuck. Scheiße. Lachen, das passiert einem einfach so. Und davor habe ich Angst. Good luck! Sechs Stunden Psychoterror. Borgus, nimm Borgus. Ich muss ja über jeden Scheiß lachen. Bisschen mit deinen Nunger. Anke Engelke, Annette Frier, Max Giermann, Klaas Häufer-Umlauf, Martina Hill, Kurt Krömer, Bastian Pastewka, Larissa Ries, Tommy Schmidt und Tani. Das ist der absolute Wahnsinn! Last One Laughing, die neue Staffel. Ab 1. Oktober nur bei Amazon Prime Video. Ab 1. Oktober. Ab 1. Oktober. Ab 1. Oktober. Ab 1. Oktober.